Grüße Sie, Herr Pfohl. Grüße Sie, hallo. Sie haben uns auch noch was zu zeigen heute? Richtig. Ein weiteres großes Geschäftsfeld von der Firma Langmatz ist ja auch die Entwicklung und Produktion von Kunststoffkabelschächten und da gibt es natürlich auch wieder Synergien im Bereich der Verkehrstechnik Schiene, gerade im Bereich der Straßenbahn. Sie sieht man hier jetzt am Boden zum Beispiel einen sogenannten Koppelspulenschacht und dieser Koppelspulenschacht dient zur Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs. Da kann ich euch auch gerne mal zeigen, was dann eingebaut ist, da müssen wir dann bloß darüber gehen. Besonders an diesem Schacht ist eigentlich die Abdeckung aus im Glasfaserverbundwerkstoff. Die dient dazu, diese Schaltpunkte, diese Koppelspulen, diese sogenannten aufzunehmen und diese Koppelspulen übertragen dann Daten direkt an das Triebfahrzeug. So kann ich zum Beispiel sicherstellen, dass der öffentliche Personennahverkehr direkt eine Grünphase bekommt, wenn er an die Ampel ran fährt und nicht extra warten muss.